Shit! Oh Scheiße! Ralf, bring auf die Bremse! Nein, weh! Oh, shit! Warum? Ich krieg das Rit! Ich krieg das Rit! Oh, Scheiße! Der Ralf! Du hast doch den Ralf gemacht! Jaaaa! Fuck, 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 fuck! Und damit hallo, herzlich willkommen in einem wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren! Dit ist mein... ...Vadda! Hallöche, Faddi! Und, ja, was soll ich euch sagen? Et ist soweit! Dinge, Dinge, dong, 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 ding! Das war nicht ganz so der Rhythmus gewesen, aber ik, der alte Harald! Außer in alten Tagen! Ja, ik geb ihm nochmal das Ja-Wort und... Harald, wollen wir langsam mal loslegen? Ja, ik komm hier gleich so nach und nach! Erstmal, guck mal, dit ist der Opie Helmut! Opie, sag mal wat! Ja, der Helmut ist, also Opie Helmut ist auch ganz schön doll aufgeregt! Ja, weil die wartet schon auf uns! Harald, kommst du jetzt so langsam rein? Ja, 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 ja! Ich komm ja schon! Und, äh, ja, ik heirate heute! Und, falls, äh, ja, ihr es auch gar nicht so richtig mitbekommen habt, das ist mein Häuschen! Das habe ich mir so richtig zugelegt, denn ich heirate meine Traumfrau! Die Frau meines Lebens! Ich krieg schon ein bisschen wieder Pipi in den Augen! So, es ist heute ein sehr emotionaler Tag! Und, ja, das, die, die Uschi, die, die, die hat's einfach verdient, einfach diesen wunderschönen Tag hier zu verbringen! Und deshalb, ja, wir werden erstmal hier jetzt in die Prüfung! Das ist alles so ein bisschen vom, vom Datum her... Das ist vom Datum her einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen knapp gelegt, aber was willst du machen, wa? So, Heidi, ich bin bereit! Sehr schön, ja, und, äh, damit hallo, herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Tag für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, worum es hier genau geht! Harald hatte ja vor einigen Wochen einen kleinen Unfall in der Stadt gehabt, muss deswegen hier zur MPU-Dorfprüfung! Und heute ist der große Tag gekommen! Harald, du legst heute eine Prüfung ab! Und, ähm, ja, danach denke ich mal, du wirst immer schaffen, was ich so mitbekommen habe, du hast dich gebessert, wirst das schaffen! Dann können wir gemeinsam mit dir in die Stadt rein, und dann wirst du deine... Hat deine Uschi eigentlich nicht einen ordentlichen Namen? Naja, ne, hat sie nicht! Also, Uschi von der Linda heißt sie, und, ja, die Uschi von der Linda wird bald Harald in einem Blick eigentlich hier gar nicht so verraten, weil die weiß, das ist halt so ein bisschen... Aber egal! Ja, die Uschi wird mich dann heiraten, und dort werden wir dann von der Kathedrale der Stadt... Und, äh, ja, die Kassiduels in Notre Dame auf, äh, ja, dieser Stadt, wie auch immer die da heißt unten, werden wir dann, äh, heiraten und uns das Ja-Wort geben! Also, äh, ja, legen wir mal los! Das war bei dir! Genau! Also, dann... Leg mal hier bitte erstmal los! Jo! Mach ich den Mutters an! Ah, lüte Kollege! Und dann legen wir mal jetzt hier los! Äh! Dass wir hier rauskommen, das ist hier immer so ein bisschen... Na komm! Ah, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ja! Bisschen den Schwung mitnehmen! So! Und dann ist hier immer ein bisschen hekelig! Das werde ich aber alles noch hier ein bisschen ausbessern! Ja, ja! So! Einmal hier rum! Und weiter geht's! Harald, ist der Tempomat dringend? Ja, ja! Ist er! Merkste! Guck mal, wenn ich jetzt hier... Den gibt er Gas haben! Wir haben Tempomat! Alles easy peasy! Ja, erster Halt wäre dann Sonnstein! Äh... Hauptplatz! Verzeihung! Ja! Das ist alles! Ich hab jetzt grad auch eine Brille im Mache! Die müssten wir nachher vielleicht auch mal ganz kurz abholen, bevor wir zu der Cassidre fahren! Und, äh, dann klappern wir das einfach hier so ein bisschen ab! Gut! Harald, ähm... Wie gesagt, wir werden heute einige Dinge hier beachten! Dass wir natürlich links und rechts gucken! Überschaubares schauen! Ähm... Das Anbremsen an bestimmten Kreuzungen! Gerade bei Foffer zu beachten! Ja, ja! Genauso wie hier im Einzelbestimmten! Ganz genau! Und, ja! Wie du halt einfach mit den Fahrgästen an sich umgehst! So, ist der Übergang! Was macht denn der Opi Elmut da? Opi! Ah, Mann! Gut, fahren wir aber langsam an! Von links kommt jemand! Den lassen wir mal vorbei! Rechts, äh... Kommt da schon mal der Willi! Der Willi und seinen Traktor! Willi lässt uns vorbei! Willi ist... Das ist hier auf dem Dorf! Also, ich weiß ja nicht, weil die... Ob du jetzt hier wirklich die Zeit so auf dem Dorf ein bisschen verbracht hast! Und... Äh... Das hat sich wirklich... Ich hab mich ja hier drin verliebt, war! Wo wir ja gerade waren! Wo Elpa... Opa Helmut, der jetzt gerade gegen der Terna gelaufen ist! Da saß, ja! Das ist ja mein Häuschen, war! Da machen... Uchi und ich! Da machen wir... Und dann legen wir uns nieder! Also nicht nur in der Kiste! Ha! 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 Naja... Ist doch ein hartes Mäuschen mit ihrem 55! Aber selbst da wird's ein bisschen... Naja... Ich sag das Wort mein Lieber nicht! Ein bisschen eng wird's da schon! So! Hallihallo meine Damen und Herren! Sehr gerne junge Dame! Ein Tag! Studentin! Und zack! Ich weiß doch, als ich studieren war! Also... Auf der Uni war! Da hab ich zwar nur die Korridore gewischt! Aber ich sag mir heutzutage so! Und das... Liebe Leute! Der guten Laune! Die jetzt hier vielleicht von den Gerätschaften, Smartphones, Tablets, Fernsegeräten und Beamern rumhängen! Hausmeisterjobs! Putzkräfte! Die müssen immer anerkannt werden! Ich sag euch mal so! Ich weiß wie das ist! Du bist da am schrubben! Da kommen die hochniesigen Studenten und denken sie einem was besseres! Ja! Vielleicht strebt ihr ein bisschen mehr an! Vielleicht habt ihr ne kleine Vision! Vision haben alle irgendwie! Hätte ich da nicht! Die Korridore ist aber gemacht! Könnte man sagen... Ja! Der Typ hat keine Vision! Aber ich hab wenigstens meinen Arsch! Aus dem Sofa befördert und hab da geputzt! Aber glaubt ihr... Da hat mir irgendjemand Tag gesagt? Nee! Also... Von diesem Tag an hab ich mir immer geschworen! Ah! Danke! Heiliger! Dankeschön! Hab ich mir immer geschworen! Immer wenn ich ne Putzkraft sehe! Immer Tag sagen! Ja! Geht so zu viel zu mir! Helmut das sieht auf alle Fälle schon mal sehr gut aus! Tempo reicht vollkommen aus! Der Airside war auch super gewesen! Und... Ja! Nächste ist Kellerstraße! Und Ansage dazu! Sehr schön! Blinker gesetzt! Perfekt! Achtung! 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 Schmidi! Schmidi! Auf den musst du immer so ein bisschen aufpassen! Beim Skatspiel, da zieht der ihn immer so ein bisschen ab! Ha! Oh! Alter! Hau Degen! Hier guck mal! Hast du ein paar Euro! Hast du für den Einkaufswagen später was! Oh! Ihr kleinen Mäuse! Ihr wollt nicht reinsteigen! Die Mutter und ihre Tochter! Natürlich junge Frau! Sie sehen aus wie ihre Mutter! So! Weiter geht's! Kurz nochmal hier in den Spiegel schauen! Kommt keiner! Weiter! Geht's! Ja! Ansonsten! Für all die Leute! Wenn natürlich jetzt hier der Harald kurz mal die Ansage abgewahrt! Der Harald hier die Prüfung besteht! Der wird unsere Routen hier übernehmen! Und meine Wenigkeit wird sich mit der Stadt dann ja in Kooperation begeben! Und wir werden ein ganz neues Unternehmen hier aufbauen! Da bin ich schon sehr gespannt! Natürlich auch nur wenn der Harald das hier schafft! Warum? Ganz einfach! Ich hab in Harald riesen Vertrauen! Und glaube einfach er kann das schaffen! Ja! Also! Ich denk mal auch! Der King war hin! So! Links kommt keiner! Rechts müssen wir ein bisschen aufpassen! Weil die Weile nicht nur so! Aber auch weil die Leute hier wirklich manchmal wie die Berserkten hier lang fahren! Da ist denn der Thomas mit seinem LKW mit seinem Transporter! Hier zum Beispiel! Mit so einem! Der schießt schon mal vorbei! Weil man... Ja! Die halten wie in Spanien öfters mal Siesta ab! Einfach mal so ein bisschen Mittagspäuschen! Um 10 Uhr! Trinken Kaffee! Essen Kuchen! Und da wollen die pünktlich da sein! Bevor es eben kein Bienenstich mehr gibt! Das ist aber auch hier einfach so! Aber darin hab ich mich einfach verliebt! Weißt du? Da hab ich mich einfach verliebt! Was mein Liebig wirklich nicht leise einlassen konnte! Muss ich echt sagen! Jetzt auch! Aber ich hab's mittlerweile abgewöhnt! Nicht mal während der Fahrt! Und alles gut! Na ja! Ach ja Harald! Hast du eigentlich daran gedacht auch den Reifendruck zu kontrollieren? Äh! 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 Nixer halt erst einmal! Äh! Sonnsteinerhof! Äh! Ja! Ja ja ja! Hab ich gemacht! Hab ich gemacht! Hab ich gemacht! Alles gut! Alles gut! Dann ist ja gut! So der Junge! Ja ihr! Wo geht's denn mit Ihnen? Eine ganze Woche! Na Klärchen! Kommen Sie bald wieder? Ist doch ein schön Dörfchen! Da will man nicht so lange weg bleiben! Was? Danke! Bitteschön! So wie sieht's hier hinten eigentlich aus? Alle so weit zufrieden? Oh guck mal da! Kommt schon ein Kollege! Machen wir dir mal hier so ein bisschen Platz! Weiter geht's! Oh! Entschuldigung! Ah! Das war aber knapp gewesen Harald! Ja ja! Ich weiß! Aber gerade noch so mitbekommen! Hier ist natürlich immer so ein bisschen tricky! Was mir mal aufgefallen ist! Weil die war! Das ist ja hier wirklich eine 90 Grad Kurve! Da hast du die Schädel! Die dann links und rechts sich so mitnehmen! Das ist halt wirklich wegen diesem ganzen Sound! Weil guck mal da! Die Steinböckchen! Das war auch süß gewesen! Und er muss natürlich aufpassen! Dass die Steinböckchen die ja nicht andauernd irgendwo rein rennen! Weißt du! Das ist auch immer ein... Ach! Ey hatte ich... Ach egal! Da verdreht ihm viel! Was hast du denn gehabt? Ne! Ach! Alles gut! Alles gut! Da ist alles gut hier! Komm! Das war ja ein Häuschen gewesen! Das wollte ich ja erst haben! Das hatte ich aber auch schon den Leuten jetzt in den letzten Folgen gesagt! Das war aber einfach so ein bisschen... Ach! Ja! So ein bisschen... Zu sehr an der Straße gelegen! So! Von links kommt jemand! Es kommt keiner! Aber der ist jetzt hier beeilt! Wunderbar! Und dann geht's hier einmal rum! Ach herrlich! Guck dir das doch mal an! Weil jetzt hast du in der Stadt nicht! Das hast du einfach in der Stadt nicht! Diese Atmosphäre und all das ganze Flavor! Flavor! Das ist unglaublich! Das ist wirklich unglaublich hier! Nächster Halt! Möllergasse! Hey! Lange nicht gesehen! Wie war denn Urlaub in Sunny Springs? Oh! Es war genial! Den ganzen Tag nur Sightseeing und... Hey! Irgendwer hat was vergessen! Oh! 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 Alles klar! Alles leer! Warte! Junge Frau! Da! Oh! Kaffeebecher auch noch aufgesammelt! So! Wer hat was vergessen? Hä? Hallo? Hallo? Hey! Ach da! Warten Sie! Warten Sie! Vorsicht! Junge Herr! Eh! Danke! Bitteschön! Okay! Sie haben immer bestimmt eine Fahrkarte in meinem Mäuschen! Na klar! Kriegen Sie! Standard einzeln und passend gezahlt! Dankeschön! Jetzt müssen wir hier so ein bisschen aufpassen! Die Leute! Guck mal! Da kommen sie! Die achten nicht so sehr darauf! Guck mal! So ein bisschen, dass sie mit dem Rückspiegel kommen! Die überfährt! Sehr schön! Da kommt keiner! Links rechts auch keiner! Und weiter geht's! Ach ist das herrlich! Ich liebe es einfach hier! Wisst ihr? Das ist immer das schöne hier am Dorfleben! Du hast halt die Leute! Du kennst die halt richtig gut! Die tun keinen etwas! Und... Ja, du kannst einfach so ein bisschen für dich sein! Hier kommt keiner! Guck mal! Und die sind auch manchmal auch so freundlich! Die lassen einfach dann mal vorbei! So! Vorsicht, Kollege! Und... Alles einsteigen! Auf Wiedersehen! Eine Fahrkarte bitte! Äh! Das ist verständlich! Äh! Einen Tag! Standard! Einzel! Zack! Oh! 14 Euro! Da hast du aber dein Sparschweinchen! Geschlachtet war! Mäusekind! Bei so viel Geld, was du erst gerade mir gegeben hast! Oh! Noch eine Fahrkarte! Na klar! Na klar! Na klar! Maldi! Wie mach ich mich aktuell? Das sieht doch schon mal richtig gut aus! Ich find aber auch, ey! Oh! Das hat sie gemeint! So! Danke! Bitteschön! So! Wie viele Stationen haben wir da eigentlich jetzt hier noch? Dürften hier nicht mehr allzu viele sein? Nee! Guck mal! Sind wir ja schon fast da! Wie schön ist das denn? Okay! Guck mal! Okay! Und weiter geht's! Guck mal hier rechts, da kriegst du immer richtig frische gute Eier, Waldi! Ja! Das merke ich mir, wenn ich dann irgendwann mal wieder hier sein sollte! Ja! Ich sag ja nur mal so! Das ist aber auch ein Unterschied! War die frische Ware, die du hier bekommst! Äh! Ich weiß nicht, wie es den Leuten ja hier vor den ganzen Gerätschaften geht! Land oder Stadt? Woher kommt ihr eigentlich? Und was wird ihr eher bevorzugen? Wisst ihr? Das ist... Ich hab's ja für mich erkannt, weil ich war immer ein Stadtjunge gewesen! Durch und durch! Klein Harald auf! Wirklich! Immer große Fresse! Immer eine große Schnauzwege habt! Und jetzt! Nach über 50 Jahren! Fast 60 Jahre jetzt! Wenn ich verliebt war! Ich bin verliebt in diese Aussicht! Guck dir das doch mal an! Fernab von allem! Winfield West! Nichts halt! Oh, jetzt ist er unser Kollege! Wege! Aber bei dem letzten nach wollen wir mal so einen Doppelstockbus hier einführen! Naja, du kannst in dem Sinne entscheiden, wenn du jetzt die Prüfung bestehst! Und wir machen das ja natürlich alles über Notar! Das wird alles über einen Vertrag gemacht! Du kriegst alles überschrieben! Kannst du das natürlich selber entscheiden! Weil ich denk mir einfach mal so! Ey, die Aussichten, die du denn da hast, wa? Das ist ja phänomenal! Äh, das, 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 das kannst ja niemandem erzählen, wie schön das wird! Das ist ja wirklich toll! Nächster Halle unter Sonnstein! Guck mal! Guck mal! Hier auch! Da kannst du schön über, über die Gebüsche hier gucken! Dann kannst du dir das hier alles ansehen! Das wird herrlich! Das wird so richtig herrlich! Mann, 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 ey! Exakt, ja, ey! Toll! Toll wird das auf alle Fälle! So! Meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste! Nächster Halle ist, äh, Sonnstein und der Stadt! Beim Getreidebauer! Guck mal! Uh, der Stauzi ist aber da vorne auch bei den ganzen Kollegen hier! Guckt das mal an! Müssen wir hier mal ein bisschen warten, wa? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Leute, ihr könnt gerne aussteigen, wenn ihr wollt! Ach, Mist, nicht ganz! Hier ist aber auch was los! Wir müssen auch noch kurz mal hier vorfahren! Guck mal! Der sein kann! Hallo, Weidi! Wenn ich hier erstmal in den Sonnstein, sagen, aber wartet, ist sowas aber möglich hier. Ja, das ist ja auch vollkommen... Ja, wird ja erstmal so ein bisschen als deine Kennzeichnung gemacht. Ja, klar. Harald, denkst du mal, die Fahrkarte zu geben? Äh, was, was? Ja, ja, alles la, alles la. Voilà. Eine ganze Woche. Standard, einzeln und dann zwei Euro. Natürlich. Standard, einzeln und auf zwei Euro. Da haben wir ja hinten eigentlich irgendwelche Probleme. Ich hab hier irgendwie was vernommen. Aha! Aha! Harald, du denkst daran, ob du ruhig zu bleiben? Exakt! Ja, okay. So. Dankeschön, der Herr. Ja, kann schon mal passieren, dass man da hängen bleibt. Ist vollkommen verständlich. Du, aber weißt du, da kann ich nicht immer ruhig bleiben, wa? Keine Ahnung. Die stehen auf, solche Leute, wa? Und denken nicht so, oh, mein Leben ist ein Türstopper. Ich diene als Türstopper. Der wirst doch verrückt. So, was will hier Kursorten hier links haben? Was willst du denn jetzt hier machen, Mäusekinn? Ja, mal abbremsen, da kommt ein LKW. Mann, 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 Mann. So, jetzt einmal hier die Kurve rum, 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 rum. Du merkst ja einfach einmal, ich kenn die Gegend wie meine Westentasche. Das ist unglaublich. Ja, aber hier, ich bin mir angewöhnt, wirklich dann hier diesen Tempomat auszumachen, weil diese Geschwindigkeitsbegrenze, aber er geht hier ordentlich bergauf. Da werden gleich die Ersten schon wieder sich da so ein bisschen dran stören. Aber das ist mir auch einerlei. Und einmal rum. Das ist herrlich hier, aber auch hier, klar, letztens hier, guck mal hier vorne, hier, bei der Bärbel und bei dem Willi, da hab ich ja richtig schön Bienenstiche hier essen. Hier bei dem war es beiden gewesen. Ey! Grüßt euch! Hallöchen! Muss man mal machen, weil die Ikwes, Prüfung hin oder her, aber das Dorfleben ist was andere. Redakt, da stinkst du nicht dagegen an. Das sag ich dir mal, weil da kannst du wirklich sagen, oh nee, wir müssen mal wirklich ein bisschen Kontonungsbewahren, Kontonungsbewahren hier. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier wirklich nicht, wirklich nicht. Das ist hier einfach so. So, nächster halt ist Mautnerhof. Was ist denn hier vorne los? Mal gucken, was hier los ist. Ah, da geht's auch schon weiter. Ach, da ist ein Kollege. Alles klärchen. Hier ist aber auch was los. Das Wetter war. Die ersten Frühlingsknospen kommen wir raus und die Leute, die freuen sich einen Ast ab. Ah. Ja. Kommen wir da langsam mal voran. Da, lasst einsteigen. Dankeschön, dankeschön. Na, sehr gerne doch. Und bei dir, wie mach ich mich bis jetzt? Joa, das ist ja so gut. Du merkst ja, ich rede ja relativ wenig. Ich lass dich einfach mal machen. Aber ich hätte auch wirklich erst was gesagt, wenn ich was über Anstand hätte. Aber bis jetzt hier, alles wunderbar. Wirklich schick. Ja, das freut mich aber. Ich hab auch Buße gezahlt, musst du echt wissen. Ich hab den Leuten geschrieben, als der schreckliche Unfall da passierte. Die haben gesagt, ja, ihnen geht's gut. Also, dem Fahrer geht's ja nicht gut, da ist ja so ein bisschen mehr passiert. Aber ansonsten, ja, sie verzeiht mir ungefähr. Aber, wie gesagt, No Wist No Fun war früher mein Motto gewesen. Jetzt ist es immer, jeder war die zweite Chance. Und gut, vielleicht war bei mir halt auch noch was wie eine dritte Chance oder so. Aber, ja, jeder, jeder muss halt das nutzen, was er hat, war und sich irgendwo dann verbessern. Und deshalb sag ich mir einfach mal, komm, das machen wir so. Wir halten da jetzt dran fest. Und dann passt das auch schon, weißt du. Dann kannst du halt auch nicht immer sagen, nee, ah, das ist Käse und ach, nee, das geht so nicht. Das geht wirklich so nicht. So. Dann haben wir es ja auch mal geschafft, wa? Ja. Dann wirklich nur auf weniger Stationen und bist du endlich, endlich da. Ach, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich wirklich. So, noch einmal hier rum. Dann sind wir auch schon wieder in Sonnenstein. Dann sind, glaube ich, noch zwei Stationen. Und dann kann ich endlich meinen Lappen wieder ab. Und es war wirklich kacke gewesen, um den Lappen zu fahren. Harai, du weißt schon, ich habe dir eigentlich den Lappen überlassen. Ja, aber... Naja, ich muss das Haus ja irgendwie abbezahlen. Das war jetzt so ein bisschen mein Pfandgeld dafür gewesen. Ist auch vollkommen egal. Naja, gut. Wie sieht man drüber hinweg? Es ist ja eigentlich... Dafür bin ich so dennoch auch zu deinen Geladen. Freust du dich schon? Naja, natürlich. Weil ich... Meine Pumpe war... Ich mache ja schon fast ja nicht mehr mit. Ey, ich bin so aufgeregt. Das ist unglaublich. Es ist wahnsinnig. Ich freue mich, so die Urschiebein zu heiraten. Nächster Halt. So. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen. Ja, Harai, bitte hier ein bisschen Kontinence bewahren, auch wenn die hier ein bisschen langsamer fahren. Ja, ja, alles in Ordnung. Ich habe... Ich habe... Ich habe mir Beruhigungsabletten verschrieben lassen. Ich bin die Ruhe in Person. Dann hast du den letzten Mal... Wann musst du den mal nehmen? Dann hast du das letzte Mal genommen. Ne, alle so... Alle zwei Stunden. Und was haben wir denn jetzt? Wir haben es... Haben wir wohl eine Uhrzeit? Oh, letztes Mal gestern. Naja, passt schon. Die wirken sehr, sehr lange nach. So, wir lassen wieder Sonnstein. Dann bringen wir jetzt hier die ganzen Mäuse noch bis zur Endstation. Und dann passt das da. Einmal hier rum. We are the champion. Was spielt ihr denn für eine Musik auf der Hochzeit? We are the champion. Haha. We are the champion. No time for loser. Weißt du, das passt auch irgendwie zu der gesamten Gegebenheit. Hochzeit. Firmeninhaber. Besitzer. Crème de la Crème der Busgesellschaft. Da habe ich irgendwann meine Anteile dran. Das ist schon irgendwie schmeicheln. Dankeschön, Harald. Ja, ist aber auch so. Weil die... Was du auf die Beine hier gestellt hast, das ist unfassbar. Und das Zeug wirklich Respekt. So, meine Damen und Herren, liebe Freie, jetzt sind... Nächster Halt ist... Sonnenweg. Treten Sie mal ein bisschen auf die Ehe. Ja, 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 ja. Ja, le... Harald, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen wuschig, aber alles in Ordnung. So, nächster Halt. Sonnstein. Damals, das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Bitte, alle aussteigen. Nennen Sie mit Ihre Wertsachen und Müll mit. Okay? Wünsch dir was. Sonnenweg. Endstation. Bitte alle aussteigen. Und alle aussteigen. Dankeschön für Ihre Mitfahrt. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Beziehungsweise, ja, bis der erste Skat-Runde. Und natürlich, wie Leute, ja, ihr ganzes habt eine Einladung zur Kathedrale, eine Hochzeit, der Celebration. Da sehen wir uns, wa? Ja. Und? Waldi, wie hab ich mich gemacht? Harald, das war eins am Spitze gewesen. Bin ein bisschen erstaunt, dass du es wirklich hinbekommen hast. Und, ja, vollkommen bestanden. Dankeschön. Gut, äh, ja, Waldi, du kommst erst mal wahrscheinlich mit zu mir, wa? Wir drehen mal kurz jetzt hier um. Und ich muss mich ja noch ganz kurz umziehen. Und dann machen wir uns auch bald hier auf den Weg zur Kirche und dann wird der geheiratet. Ich freu mal so, wa? So, ich drehe mal hier mal kurz um. Mal gucken, ob hier jemand kommt. Dann kommt da eine Urschi. Vorsicht, 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 alles gut. Okay. Gut, dann beeilen wir uns noch ein bisschen. Wir haben nur noch wenig Zeit. Und, dann freu ich mich schon, wa? Dann können wir gleich dann auch vorsicht, was macht er denn hier? Was macht er denn hier? Mann, Kollege, bleib doch mal ein bisschen ruhig, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Äh, äh, Scheiße. Alles in Ordnung? Ey, ja, 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 ja. Alles, alles gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, scheiße. Ich glaube, irgendwas ist mit den Reifen. Oh, fuck, fuck. Ah, shit. Oh, scheiße. Arad, drück auf die Bremse. Nein, weh. Oh, shit. Ich krieg das in. Ich krieg das in. Oh, scheiße. Der Reifen. Du hast doch den Reifen gemacht. Ja, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Gott. Weidi. 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 Oh, fuck. Harald. Was war das denn? Ah, ich weiß nicht. Was sind wir denn hier? Oh. Ui, ui, ui. Oh, Mann. Wie spät? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Weidi. Weidi. Wach auf. Wach auf. Was, was, was. Okay. Ich bin jetzt gut. Ja, das ist jetzt vollkommen egal. Ey, scheiße. Ich muss zur Hochzeit. Ach, kacke, 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 kacke. Wir sind um viel eingeschlafen. Eingeschlafen kann man das nicht nennen. Was ist denn passiert? Ich krieg mir im Fies auch nicht. Ich glaub, ein Reifen ist hier Platz. Ja, mit Reifen hier Platz ist. Was machen wir denn da? Ey, wir geben ein paar Gas. Oh, Gott. Ich glaube, Harald, mir geht's nicht gut. Es ist jetzt auch egal. Wir fahren jetzt ganz schnell zur Kirche. Da ist ja auch der Doktor vom Dorf. Und der macht sich dann wieder gesund, okay? Weil die haltet euch. Harald, was hast du jetzt denn vor? Naja, ich geb jetzt hier. Ja, ich will nicht euch hier heiraten, Mann. Wir haben da nur einen bestimmten Termin, wenn wir den Gepa passen. So, Tempomat raus. Wenn ich den verpasse, den können wir nicht heiraten. Er ist Yoshi sauer. Und das ist mir eine Frau für das Leben. Aber, Harald, wie geht's auf? Vorsicht. Harald, den Reifen. Ja, ja, ihr kriegt das schon hin. Harald, nein. Du kannst doch. Ach, komm, gib einfach Gas, Harald. Ja, okay, siehst du, hab ich doch gesagt. Warte mal, willst du ein bisschen Energy haben? Harald? Alter, das lenkt grad fest. Ja, 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 ja. Halt mal kurz fest, Weidi. Oh Gott. Mein Arm ist, glaub ich, gebrochen. Du machst das schon, Weidi. So, warte. Ich muss mal kurz ein Schluck trinken. So. Volle kann er voraus. Harald, beeiligt man bis dahin. Kommt ne Kurve. Mein Arm, der tut weh. Glaub, der eine ist verbrochen. Oh, warte. Warte, warte. Ja, ich hab ihn da her. Achtung, Achtung. Bräutigam kommt. Oh, Trauzeuge. Ich krieg ne Kurve. Ja, 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 ja. So, Weidi, wir zaubert haben. Ja, gib her, komm. Ja, scheiße. Warum bin ich dir jemals begegnet, Harald? Hey, den, oh, fuck. Ja, du weißt ganz genau, warum die mir hier ging. Jetzt bist alles gut. Den zahlt jetzt meine Kasse. Oh Gott, ey. Ich glaub, mir geht's auch nicht so gut. Da kommt ein bisschen Dampf aus meiner Brust. Aber alles gut. So, Leute, Achtung, Achtung, Achtung. Aber, Weidi, wir müssen jetzt da durch. Okay, bist du bereit? Scheiße, ich bin alles andere als bereit. Achtung. Oh, 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 wir kommen da durch. Yes. Äh, äh. Weidi, da kommt, Harald, da kommt, äh, da kommt, glaub ich, sowas. Egal, ich krieg das hin. Ah, warte ich. Yes. Yes. Wow, 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 wow. Kriegen wir hin. Alles klar. Ja. Oh nein, nicht noch einer. Was denn jetzt los? Guck bloß nicht nach oben, Weidi. Da kommt noch einer. Oh nein. Oh doch, aufgehört. Passt. Kurve. Wow. Oh, okay. Erstetapen haben wir erreicht. Wir sind schon mal in der Stadt. Ah, weg, 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 weg. Ich muss jetzt durch. Ey. Warten wir einmal. Ja. Weidi, halt dich fest. Abgehörtzung. Oh, Gottes Willen. Vorsicht. Ah. Weg, 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 weg. Ach. Bis hier durch. Hochzeit. Bräutigabend. Trauerzeuge. Ja. Yes. Ja. Das hab ich alles gelernt bei dir, Weidi. Ich hasse dich. Harald, du weißt schon, dass du ein Navi hast oder sowas. Ja. Ich kann mit diesem ganzen Future-Kram nix anfangen. Genauso mit dieser komischen Alexa. Oh, shit. Ja. Gott, was sind wir denn jetzt hier? Gott, ich hasse die Stadt. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich die Stadt hasse? Ich hasse die Stadt. Äh. Wo? Wo? Äh. Da, 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 da. Nein. Passt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder hier? Harald, ich glaub, du fährst grad aus der Stadt raus. Nee, das kann nicht sein. Doch. Scheiße. Nur noch ein paar Minuten hier Zeit. Ah. Ah, der hat eine Idee. Er hat eine Idee. Abkürzung gleich. Weidi, halt dich fest. U-Turn, okay. Wir sind vollkommen falsch hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hasse dich. Ja, ja. Das kann ich mal nachher besprechen. So. Wo müssen wir mal lang? Nee, immer gerade aus. Natürlich der Straße. Wir haben hier nur eine Straße. Mensch, Harald. Ja, Mann. Ihr seid doch nicht so sauer auf mich. Okay. Ich glaube, da vorne, ey. Wenn ich mich noch recht entzündet habe, war ich so ein kleiner Weg. Wir sind raus. Scheiße. Scheiße. Ah. Kacke. Äh, äh, äh. Harald, du musst hier runter. Harald. Du musst hier runter. Da kommt ein Besuch gleich. Harald, gib Gas. Ja, ich bleib stecken. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Oh, Gott. Deswegen. Ja, alles gut. Alles gut. Damit ihr willkommen. Gut. Äh, wie gesagt. Ich war auf den Trampelweg gewesen. Harald. Ich hatte den. Ja, ja. Ist in Ordnung. Äh. Warte, warte, warte. Ich war auf den Trampelweg. Das ist eine abgürzende 100 pro. Alter. Harald. So lang. Yes. Oh, Vollgas. Harald, das ist keine Abgürzung. Doch. Glaub mir. Nein, das ist keine Abgürzung. Das ist irgendein Weg. Der führt auch vorhin. Halt dich einfach fest. Äh. Ja. Ja. Ja, ihr Bio-Bauern weg hier. Weg hier, ihr Bio-Bauern. Guck mal, da vorne geht's raus. Zack. Ah. Da lang. Ja. Perfekt. Wow. Hab doch gesagt. Oh, ja, ja. Abgürzung. Weg, 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 weg. Oh, ja. Geschafft. Weg. Weg. Oh, 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 oh. Ja. Ja, wohl. Scheiße. Vorsicht. Welche Richtung. Ja, egal. Gut. Äh. Harald am besten. Kleine Abgürzung. Gleich. Ja, Vorsicht. Ja. Nicht hier links. Nicht links links. Alles klärchen. Harald aber nicht wieder. Eins. Geisterfahrer unterwegs sind. Egal. Vorsicht. Ah. Glitzer. Ah. Oh, Gott. Was ist denn mit uns hier? Alles in Ordnung. Komm. Weg mit dir. Was machst du denn hier? Ich will kein Wettrennen machen. So, Harald. Hier musst du aber jetzt reißen. Alles klärchen. Festhalten. Ja. Ja. Okay. Geradeaus. Geradeaus, Harald. Ja, 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 ja. Weg, weg. Oh, Gott. Weg, 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 weg. Weg mit dir. Komm, los. Speedy. Oh, scheiße. Tut mir leid. Alles gut bei dir. Ja. Entschuldigung. Okay, jetzt Harald. Harald, jetzt hier rechts abbiegen. Alles klar. Du kannst auch lange noch machen. Ja, ja. Ich kann alles, aber geht nicht so. Shit, da ist schon wieder ein Kollege. Kollege, weg. Das ist unser Parkplatz. Kollege, weg, weg, weg. Ah, Mist. Kommt auf den Parkplatz. Okay, gut, Harald. Denn hier rechts rein. Okay. Hier. Ja. Hier rein. Okay. Ja. Passt mal gut durch. So. Ruchi, wir sind da. Wo müssen wir uns jetzt eigentlich hier halten? Ach, scheiße. Vor der Kirche. Okay. Du, Harald, ich glaube, das reicht jetzt hier. Ja, aber wo ist denn der Eingang von der Kirche? Hatte ich groß aber hier wieder durch. Harald, hör auf, David. Ach, hier ist er. Guck mal, hier. Hier rein. Und zack. Huiuiuiui. Das ist unser Parkplatz. Ah. Yes, wir haben es geschafft. Weidi, wir haben es geschafft. Äh, ja, danke. Ja, Helmut. Guck mal, die warten da schon alle. Es ist soweit. Ich heirate. Weidi, wir sind für mich rausgekommen. Rümer, bitte. Einen Arzt, bitte. Ja, alles klar. Einen Arzt, ein Arzt. Sind Sie Arzt? Wo ist denn meine Arzt? Oh Gott, das ist... Nein, scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe vollkommen vergessen. Falsche Kirche. Was? Falsche Kirche? Ja, falsche Kirche. Man, das kann doch mal passieren. Oh Gott, das ist so wenig. Ich hasse dich, Helmut. Ich wies, ich wies. Welche Kirche ist es denn? Äh, naja, die bei uns oben im Dorf. Ist nicht dein Ernst. Doch. Okay, wo müssen wir dafür lang? Scheiße, jetzt ist das Navi natürlich nicht eingeschaltet. Ah, komm, gib Gas. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir fahren jetzt einfach hier so ein bisschen lang. Wir werden schon noch vorhin ausgehen. Wenn ich erst mal so schon draußen bin, dann weiß ich ganz genau, wo ich gehen muss. Herr Harald. Ihr könnt bitte wenigstens bei irgendeinem Haus. Arzt oder Tierarzt mich rauslassen, bitte. Mir geht's echt nicht gut. Ja, ja, mir geht's auch nicht. Oh, mein, er sucht mir auf. Wir haben jetzt auch nur noch zwei, drei Minuten Zeit, damit wir müssen pünktlich da ankommen. Vorsicht. So, jetzt hier mal geradeaus. Vorsicht. Ey, 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 so, weil die, ich finde, wir müssen auf alle Fälle beim nächsten Mal irgendwas wie eine Sirene einbauen. Oh, hier lang. Oh, Vorsicht. Auf und so und durch. Ja. Ja. Wo grubelt mit beiden aus Späten im Injong? Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ich glaube, wir sind hier, wir sind hier richtig. Ja, ja, guck mal, da geht's raus, da geht's aus dem Dorf raus. Äh, zum Dorf hin meine ich, aus der Stadt raus aus dem Dorf hin. Glaub ich. Oder? Scheiße, wir sind ganz so anders. Okay, komme, 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 komme. Vorsicht, Fliehkräfte. Weg, weg, weg. Oh, shit, weg da. Ist so ein bisschen wie Speedwagen, nur schneller. Ja, Ralf, wo bist du denn jetzt denn? Ich weiß schon, wo ich gehen will. Abkürzung. Und hier geht's auf alle Fälle zum Dorf hin. Hier, guck mal, da ist die Stadt. Links geht's da vorne zum Dorf. Und sind wir auch schon da. Noch zweieinhalb Minuten. Oh Gott, wirklich, jetzt nur noch zwei Minuten, dann ist die Sache hier am Ende. Aral, du willst wenigstens aber nicht als Geiz, aber durch das Feuer. Doch, weg, weg, weg. Alles gut. Oh. Aral, du weißt gar nicht, wo du lang musst. Äh, Hältchen, Grenzen. Scheiße, das stimmt. Vollkommen falsch. Warte, halt dich fest. Nein. Doch. Und voll Gas. Jutte. Macht der hier. Da, 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 da. Wir haben es gleich geschafft, Maldi, wir haben es gleich geschafft. Oh Gott, ey Mir geht es aber auch nicht so gut, muss ich dir sagen Jetzt ist ein Zigaretchen, wäre nicht schlecht Wir rauchen jetzt gar nicht ein Zigaretchen Wir fahren jetzt da hin Du holst den Asu Du heiratest eine Uschi und eine Schicht Guck mal da vorne, da ist sie Da ist die Kirche, endlich Ah ja, wir haben es geschafft Wir haben es endlich geschafft Kann ja auch mal passieren, wa? Stimmt Ich wollte jetzt in der Stadt heiraten Uschi meinte, nee, Kassidu Wo ist denn, oh, wo ist jetzt Kassidu Wo ist denn jetzt Kassidu Hör rein, guck mit, wir müssen auf die Straße Ja, ja, ich krieg das schon hin Wo ist denn jetzt Kassidu Kassidu Hä, ich hab doch gerade Kassidu Nächster Halt, Kathedrale Stadtzentrum Ja, Kathedrale, Stadtzentrum Wo ist denn jetzt die Kathedrale in Wo ist die Kathedrale Wo ist denn die Kathedrale Ich hab doch gar die Kathedrale gesehen Du hast doch auch die Kathedrale gesehen Ja, hab ich Ach, scheiße Auf geht's Noch mal einmal rum Einmal rum Das macht uns gar nicht dumm Ach, warte, Mann Es war, glaub ich, hier Der Trampelweg gewesen Oh, nein Ach, ach Ach, reiht mir auf damit Ja, aber hier war es gewesen Oh, 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 bolla Alles gut, alles gut Wir haben alles in Kassidu Da, Kassidu Ist ein Kassidu Stimmt, hier ist es hier war es gewesen Ach Bam, 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 bam Bam, 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 bam Weg, 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 weg Warten bitte hier kleine Hochzeitsgäste rum Ja, ja, ich mach doch alles Oh, ja, wir sind da Kassidu, Leute Ich bin da Wow Oh, ja Wir haben es geschafft Kassidu Ich kann heiraten Ist das herrlich Oh Ja Wie sehr pünktlich da ist Läutet schon So Meine Lieben Freunde Der guten Laune Ich hoffe mal Ihr bleibt jetzt mal so ein bisschen stehen Das war es gewesen Die letzte Folge von Bus Simulator Harald Übernimmt jetzt quasi Unseres Tier Und Wir werden ganz von vorne anfangen Also Auf Diese Art und Weise Wird kein Video mehr Vom Bus Simulator rauskommen Warum Irgendwann Ist auch mal Ende geländen Wir werden neue Wege eingehen Was kommen wird Und da könnt ihr gerne Tatsächlich auf meinen Kanal Mal rauf gehen Da wird es neue Playliste geben Wir werden den Bus Simulator Von ganz vorne anfangen Aber als Leitfahrer Nicht mehr so geschauspielt Und mit vielen Spielereien Sondern Trotzdem mit viel Humor Aber es geht halt wirklich darum Wie Spiele ich Den Bus Simulator durch Welche Sachen Muss ich erledigen Um die Mission zu schaffen Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Von über Weit mehr als 100 Videos Ich glaube dass ich so viele Videos mache Das einzige Video Wo sich ein Hashtag Mit drei Ziffern gelohnt hat Weil es wie gesagt Einfach mal über 100 Videos geworden sind 100 Videos Ich würde gerne darauf zurückblicken Aber ich glaube 100 Videos Habe ich keinen Bock zu schneiden Ganz einfach gesagt Harald wird jetzt hier heiraten Harald übernimmt das Ganze hier Vielleicht kommt mal ab und an Hier ein Video drauf Ansonsten geht es weiter Mit Bus Simulator Leitfahrten So wie der ganze Titel heißen Von A bis Ja Z Quasi Aber einfach nur Bus Simulator Leitfahren Wie spiele ich Bus Simulator durch Also liebe Leute Dankeschön fürs Einschalten Bleibt gesund Macht's gut Seid immer gut gelaunt Habt nette Leute um euch herum Auf Wiedersehen Und Tschüss Auf Wiedersehen So ich gehe jetzt heiraten Da 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 Glücklich verheiratet das Paar Was? Was ist das denn? Da gibt es sogar einen Erfolg dafür Ha 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 Oh Gott Okay Jetzt ist das Spiel wirklich vorbei Macht's gut Auf Wiedersehen und Tschüss Das Leben ist so wunderbar Denn ich bin YouTube Star Also teilt, liked und schreibt Für ne besondere Zeit Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald